Hallo Fans, ich habe gesehen, es war ein kleines Durcheinander mit meinem Namen, eigentlich spricht man jetzt Omlin aus, in Frankreich war es so, ich habe es am Anfang mit Omlin probiert, es wurde dann aber Omla, weil es niemand gecheckt hat und ich habe mich dann auch mit Omla vorgestellt, aber eigentlich heißt es Omlin, macht's gut!